moin leute was geht ab willkommen zum neuen video ich stehe hier gerade wieder beim bermuda dreieck bei engeln salzgitter englernstedt beim windpark salzgitter üffing und ja man sieht die erste 149 ist fertig 149 5.x ich musste gerade noch mal gucken ob das wirklich eine 149 ist weil es sah mir ebenso aus wie eine n 163 weil die sieht riesig aus der durchmesser und die flügel kommen ziemlich weit runter aber ich habe noch mal geguckt und bei einer n 163 da gehen die flügel bis unter das betonsegment da wo es sich trifft also stahl und beton bis darunter gehen die flügel die flügel spitzen also das ist doch nur eine n 149 wie man sieht ist es auch schon abends jetzt spät gar kein wind mehr komplette windstille das ist ziemlich krass wenn man hier noch mal sieht da geht die sonne gerade unter ich konnte auch eben noch mal nach solchen gucken weil wir haben heute wirklich gute aussicht und ich habe gesehen bei der zweiten west das 150 ist das maschinenhaus oben drauf also sie sind sehr sehr schnell die anlage ist fertig viel mehr kann ich dazu nicht sagen hkv und hier das ganze aufbau team von west das ist ziemlich schnell nicht von fest dass von nordix ziemlich schnell ja und wenn es daran weitergeht da bin ich dann auf jeden fall gespannt und auf jeden fall dabei nur halt erst wieder ab mittwoch aber dann bin ich auf jeden fall dabei und gucke da sie da liegt noch das maschinenhaus also es liegt immer noch da ja mehr sieht man jetzt nicht das gerne like da wenn euch das video gefallen hat abonniert den kanal um das nächste video nicht zu verpassen bis wenn der windpark fertig ist und dann lasst gerne noch einen kommentar da und dann sehen wir uns im nächsten video